Sie sind hier, 8. Juli 2018, Update um 10.39 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, William Dunlop erlag seinen schweren Verletzungen Urheberrecht, Imago Update, die Rennfahrerfamilie Dunlop trauert erneut. William Dunlop stürzt im Training und erliebt seinen Verletzungen. Es ist bereits der dritte Todesfall in der Familie. Die nordjährische Rennfahrerfamilie Dunlop muss den dritten tödlichen Unfall verkraften. Am Samstag erlag William Dunlop 32 nach einem Trainingssturz beim Scaries 100 in Irland seinen Verletzungen. Das gaben die Organisatoren der Rennveranstaltung bekannt. Die Dunlops sind traditionell bei Straßenrennen aktiv. Williams Vater Robert war 2008 beim Northwest 200 in Nordirland überrollt worden und verstorben. Sein Onkel Joey verunglückte 2000 bei einem von ihm selbst organisierten Rennen in Lettland. William Dunlops jüngerer Bruder Michael, 29, ebenfalls beim Scaries 100 am Start, hat 18 Mal die berühmt-berüchtigte Isle of Man Tourist Trophy gewonnen. Punkt. Erfolgreicher waren nur sein Onkel Joey, 26, und der Engländer John M. C. Guinness, 23. Punkt. Erfolgreicher waren nur sein Onkel Joey, 26, und der Engländer John M. C. Guinness, 23.